Hallo und herzlich willkommen auf Unboxing-Sail Talks. Ich habe mal wieder einen Umschlag bekommen von Nippon Art, habe aber schon reingeguckt was drin ist und das ist die Serie Pumpkin-Sizzors. Hatte ich mir schon ein paar mal fast zum Nippon Art Sale oder was da war immer mal gekauft und habe eine tolle Chance jetzt die Gesamtbox zu nutzen. Vielen Dank für das bereitstellen des Exemplars. Das ist auf alle Fälle platzsparender als die ganzen Einzeldisks. Aus irgendeinem Grund hatte ich da früher immer Pumpkin Sisters gelesen, warum auch immer. Ja, von hinten. Darum geht es. Brauche ich jetzt nicht vorlesen. 24 Episoden geht es. Im Format 16 zu 9. Laufzeit ca. 600 Minuten in Deutsch 5.1 und in Japanisch 2.0. Untertitel Deutsch als Extras-Poster-Sticker. Das Ganze ist als DVD-Box rausgekommen. Und 5 Scheiben sind drauf. Also drin, drin, nicht drauf. Bevor ich jetzt raushole, übrigens in der Videobeschreibung Link zum Interview von der LBM mit KC. Und morgen oder heute, je nachdem wann ich das Video hochgeladen bekommen habe, also Freitag 10 Uhr, ist dann das Interview mit Nino Taku online. Und aufgrund dessen, dass diejenige, die eigentlich das Interview machen wollte, bin ich da wieder vor der Kamera. Ich bin total durcheinander. Aufgrund dessen, dass diejenige, die ursprünglich das Interview machen wollte, zitternde Knie bekommen hat, habe ich den Tag das Interview gemacht. Und ich bin da im Cosplay da, also wenn das mal interessiert. Aber jetzt mehr zu der Box. Ah ja, Bildgalerie von Buchmesse ist dann auch dieses Wochenende, denke ich mal, drin. Aber ich sag nochmal Bescheid. So, guck mal erstmal, was alles hier ist. Bevor wir jetzt zu dem... Oh, das ist viel. Es ist übrigens spät. Die Vorbereitung für die Jenako sind in vollem Gange. Deswegen bin ich ein kleines bisschen... Bah! Und bah, alles fertig. So, drehen wir es mal um. Fangen wir gleich mal hier vorne an. Hier haben wir den Aufkleber, der natürlich wie immer viel zu schade ist für seinen Zweck. Und das kleine Poster, was so richtig ist. Der Schriftzug hat mich jetzt gerade irritiert, deswegen so. Und dahinter sind die Charaktere. Dann haben wir hier die Scheibe Nummer 1. Ich drehe es mal ein bisschen. Und dahinter ist noch ein Bild mit dem Hund, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Nichts passiert. Disc Nummer 2. Das ist jetzt das gleiche Motiv wie hinter der Disc Nummer 1. Und da ist das gleiche Motiv wie auf Disc Nummer 1. Dann Disc Nummer 3. Disc Nummer 4. Da ist das dahinter. Und die letzte ist natürlich komplett falsch rum. Da ist das dahinter, aber das gleiche wie auf dem Poster. Und so sieht es aus. Zu der Stelle wird natürlich auch wieder eine Meinung im Anime-Update folgen. Link zu dem Kanal, wo das kommen wird, in der Videobeschreibung. Und da bin ich auch schon durch. Bin gespannt, wie die Serie ist. Es ist ja schon eine etwas ältere. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es hier draufsteht, von wann die ist. Von 2006. Gehe ich jetzt mal von aus. Also, 10 Jahre. Bald 11. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.